WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ciao, ich bin Peter Janic, ich bin Stormbringer und wie geht die Lufting? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sehen uns auf dem Rock Festival im Kraljevo. Ok, ich bin schon seit einem Monat, ich bin nicht in Kraljev und ich bin sehr froh, dass ich mich sehr froh war. Ben Stormbringer ist hier, hier sind wir. Wir sind auf dem Festival, mit Marko Cvetković, der hat alles gemacht, um Rock'n'Roll zu Kraljev, und ich bin sehr froh, wenn ich mich sehr froh war, dass ich mich hierher und da bin ich hierher. Was ist das System für die Studierungen in Amerika? Was ist das System für die Studierungen in Amerika? Was ist das für die Musiker? Was ist da, was da im Amäßig ist, was da im Amäßig ist, was da im Amäßig nicht? Was ist das hier in der Land, was da im Amäßig nicht? Das ist das Amäßig ist das Amäßig ist das Amäßig. Die sind die Instrumente, die ich an das Spiel machen, das sind die Bubschritte. Das ist mir sehr unterstützt, weil ich mich sehr froh war. Ich habe mich über die Technik und alle Stilte, die Musik wie diese. Ich habe mich sehr unterstützt, als ich da bin. Wie ist es Kraljevo? Kraljevo ist es super und schön. Kannst du uns mal wieder zurück? Ich hoffe, ich will. Hallo, ich bin Marko Cvetković, Sie sehen Lufting, das ist der Musikfestival Hard Rock Session. Ich möchte dir, dass ich mich überwunden, mit dem Publikum dieses Jahrzehnt. In den letzten Jahrzehnt, wir haben wir ein DVD, das war in den letzten Jahrzehnt, das ist phänomenal. Dupli DVD-e und alle участники sind, natürlich. Wir haben auch dieses Jahrzehnt. Wir haben sechs Kameras, die sind noch qualitativ. Wir sehen uns nächste Jahrzehnt. Ein oder zwei, aber nur noch ein. Jetzt ist es phänomenal, die größte Gruppe hier in unserem Land ist. Die sind die Santos Brothers. Die haben 2013, 2015, 2017. Die sind die Sie mit der Zeit. Dann gehen wir zur Stormringera, und vor sie sind die ersten Jahrzehnt. Und die sind die Stadt der Jurać, der der Buhlge ist der Buhlge Knoas, in der 6 Jahre und wir haben sie zusammengefangen. Eine schwache, wie ich es fragen finde. Das war ist für sich. Das war Bei ihr in dem Jahrzehnt. Dann gehen wir danach, die Sturmringer, und die ist jedes Jahrzehnt. und nach ihnen, für alle liebenen Gruppe Iron Maiden, Maiden Crew Serbija. Der beste Tribut ist, als auch Dickinson ist, dass sie die besten sind. Da waren sie hier in Beograd. Und auf Ende sind legendarische Blues Trio, Good Will, Capo, Tomke und Solle. Ich hoffe, dass die Publikum viel Spaß hat. Alles wird sich überlegen, sagen Sie, auf DVD-U. Wir haben uns das, dass wir in Ihrer Emissionen, um das zu promovieren. Ich möchte nur noch sagen, dass wir uns immer die Gemeinschaften Ich bin Nikola, ich bin Nikola Lufthin. Nikola je jedan od posetilaca ovog divnog koncerta Večeras, pa kakvi su tvoji utise? Ja se tek stigo i mislim da će ovo biti dobro, da. Upoznali smo i našeg druga Nikola, koja ga možemo vidjeti tako često po ovim divnim skupovima i dešavanjima. Šta su u Horovskom? Smagni, odnosno lavni. Spitamo, kako se sviđa vama koncer? Deterđenti, saponi, ovo. Spitamo, kako se sviđa vama koncer? Spitamo, kako se sviđa vama koncer? Ich bin Billy Idle. I'm really looking forward to playing in Belgrade and participating in the World Music Day celebration.